Hey Leute und herzlich willkommen zu den Top 5 MLG Arten Wir gehen kurz in Game Mode 0, um das auszutesten Man könnte natürlich im Creative Mode bleiben Aber ich zeige euch einfach mal meine 5 Arten Wir fangen an mit dem Wasser einmal Kennt wahrscheinlich jeder MLG Water Hat wahrscheinlich schon jeder mal gemacht Einfach schnell platzieren und wieder wegnehmen Sollte einfach machbar sein So, das war das erste, ganz simpel Dann das zweite wären die Spinnennetze Denn die sind auch ziemlich nützlich für MLG Kriegt man oft bei Survival Games Die muss man einfach gespammt halten Und sollte normalerweise den MLG Jump machen Ich probiere es hier nochmal aus So eigentlich, ja genau so Steckt man kurz drin und dann geht das schon Und ja Das sind einfach die simplesten Dinge, die es gibt Jetzt gibt es noch ein paar andere Beispiele Hier ist Leiter und die Lore Bei der Leiter jumpt man einfach an die Leiter ran Und bei der Lore springt man einfach rein Und hält eigentlich Rechtsklick Nur das hat natürlich nicht geklappt Weil der Vorführeffekt nie klappt So, jetzt hat es geklappt Und ja Wir gehen zum Vorletzten Was sich mit der 1.8 erst getan hat Nämlich der Schleimblock Wir kennen alle den neuen schönen Block Sogar verzaubert Und ja, den platziert man einfach unter sich Sodass man hochbounced Und damit keinen Fallschaden kassiert Und das letzte habe ich selber rausgefunden Das hat glaube ich Ich weiß nicht, hat das schon mal ein YouTuber gebracht Auf jeden Fall Habe ich das mal bei SG angewendet Und das ist tatsächlich der Pferde MLG Ja, ihr denkt euch so What the fuck laberst du? Aber Ja, man macht ein MLG mit einem Pferd Indem man Eine leere Hand hat Also Wenn ich das Spawner setze Wird ja leer Und man kann nur mit der leeren Hand Auf ein Pferd steigen Und ja Man platziert es Und ich steige gleichzeitig aufs Pferd Ich zeige euch das mal Eigentlich Ja, sollte es klappen Wartet mal kurz Wartet mal kurz Oh Mann Ich raste aus So, wir machen das jetzt so Gehen hier hoch Weil das nicht geklappt hat Mit dem Neues setzen Gehen Game Mode 0 Und jetzt Jumpen wir runter Und klicken rechts Spam Ja So Pferde MLG Nice Das habe ich von einem riesen Berg gemacht Und ich finde den Pferde MLG Ist schon was cooles Die Leute dachten natürlich Ich habe Flyhack Weil ich überlebt habe Aber es ist wirklich Cool Wenn man es natürlich trifft Wäre natürlich schlau Und ich hoffe einfach Euch hat das kleine Video gefallen Vielleicht findet ihr noch mehr raus Es ist natürlich mit den Leitern Exakt so mit den Ranken Also das Macht sich keinen Unterschied Sag ich mal Und Ja Wir sehen uns dann beim nächsten Video Und tschüss